Wichtig. Sehr wichtig. Let's go, Alter. Und jetzt ein Win. Ja, es sind... Ja, ja, nach links. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Oh, ja, ja. Schaff mir, schaff mir, schaff mir, schaff mir. Gönn, 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 gönn. Ja, geschafft, sehr gut. Komm, weiter geht's. Ey, kommt man hier auch mal wieder hoch? Nee. Komm, 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 boy. Good time, let's go. Nein, es sind zu viele, Jungs, es sind zu viele, stopp. Stopp! Schau mal, Lila, das geht nicht. Ja, ja. Das normalisiert sich nicht mehr. Ja, weil die ganze Zeit wieder Leute drauf springen, so richtig dumm. Jetzt, 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 jetzt haben wir's. Jetzt, Zugriff. Das ist Zugriff. Die ganze Masse auf einmal, holy shit. Da hingehen, wo die wenigsten Leute hingehen. Ich oplode. Oh, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Oh, jetzt erst mal noch links. Oh, bis zu. Oh, nein. Wir müssen eh warten. Komm rüber, komm rüber, Armin. Ja, ja, ich hab, ich geh. Jetzt, 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 jetzt. Oh, nein, nein, zurück, zurück. Oh, nein, 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 nein. Oh, doch. Ja. Hast du gesehen? Jetzt rüber, 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 rüber. Ja, ja, links, links, links. Ah, rechts, 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 rechts. Nee, rechts, 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 rechts. Nein, links. Oh mein Gott. Links, 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 rechts, 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 rechts. So geil, Alter, so geil. Ey, wusstet ihr, hier hinten, da wo diese Tür die ganze Zeit auf und zu geht, nach den, äh, da kann man in den Seiten auch vorbei, gell? Ey, wer hält mich hier fest? Oh, oh, Patrick, Digga, fast runtergefallen. Hallo, Patrick, Junge. Warte, meinst du jetzt ganz links, oder? Jaja, wenn du jetzt, genau, du kannst hier einfach so. Ach so, bei der, ah, bei dieser Schiebetür, Digga. Genau, das habe ich erst heute oder so gesehen einfach. Junge, was bist du denn für ein Probe, Digga, Alter? Ja, ich sag's. Weiß nicht mal die einfachsten Sachen. Das habe ich direkt gewusst. Und ich wurde schon zweimal von den Kugeln hier unten geboxt. Ja. Deswegen immer Kamera mitdrehen, das ist wichtig. Aber Patrick, an der Stelle am besten kannst du eigentlich ganz am Rand einfach nur laufen. Genau. Dann kannst du durchlaufen. Ey, das werden die auch irgendwann mal fixen, ich sag's euch. Ja, aber man hat irgendwie auch, ich habe das Gefühl, man krass, kommen echt auf dieselben Games. Ja, ja, ich denke, die haben so eine Rotation, so mäßig. Also, welche Games häufiger und nicht so häufig kommen. Keine Ahnung. Ey, lass mich los. Ey, lass mich hier runterschubsen. Lass ihn hier, ihn hier. Komm, komm, komm. Patrick. Ja, ja, ja. Ja, ja, grab ihn, grab ihn. Ja, ja, wir schaffen's gleich. Komm, 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 schubs, schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn. Oh, Junge. Junge, war das close. Kirsche, Kirsche, Melone. Kirsche, Melone, Banane. Oh, Mango ist da vorne. Hier bei denen. Oh, da. Oder hier. Hier sind viele. Oh mein Gott. Alter. Die Mitte war nur ein Bait. Ja. Oh mein Gott. Fast runtergefüllt. Hier am Rande. Ja, ja, ja. Jetzt kommen sie alle, gell? Jetzt kommen sie alle. Baits, ah, weg. Ja, der wird runtergeschubst. Wicke, runter mit dir. Ich glaube, jetzt sind schon alle qualifiziert, oder was? Ja, ja, jetzt kannst du runterspringen. Jetzt kommt wieder Finale. Ich denke, Bergspitze. Wären wir wieder geil. Ja, aber jetzt haben wir noch nicht, oder? Bergspitze hatten wir lange nicht mehr. Jetzt haben wir noch nicht, gibt's viele. Ah, stimmt, 17. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt kommt noch. Fussballspiel. Mini-Spiel. Oh, bitte kein Fussball, Alter. Fussball ist immer so ein Drecksmodus. Aber ich gehe jetzt mal in die Offensive. Macht einer von euch Tore. Ja, ja. Na, schon wieder Fussball. Ah, das ist schwer, Fussball. So ein Schmutzspiel, Digga, eigentlich. Ja, für dich. Oh, ja, 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 ja. Komm, steh auf. Nein. Ja, ja. Haben wir einen? Sehr wichtig. Ja, passt zum Tore. Ich hole den, ich hole den. Ja, okay. Ich mach Dribble, Messi. Ja, richtig. Kick. Weiter. Ja. Den nehmen wir mit, nehmen wir mit. Oh, ja, ich hab nen Tor geschossen. Ja, habs. Ne, er geht nicht rein. Doch, jetzt. Richtig. Den hole ich den. Nice, wir haben hier so ein paar Leute, die, äh, Köpfe machen können. Oha. Oha. Jungs, passt auf. Der Team Gelb geht in die Offensive. Ey, ich kann jemand schießen. Niemand ist im Tor von denen. Oh, jetzt kommen beide Balls in deinem Face. Ey, ich hecht so daneben. Oha, Alter, der hat grad einen Schuss gemacht. Nein, der ist drin. No, 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 in die Mitte, schnell, 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 in die Mitte. Oh, ich hab's. Oh. Alter, wie gut. Ach doch, King. Gleich noch einer. Kann ich mal festhalten, den gelben? Nein, zu früh. Okay. Nein, 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 nein. Shit, ist keiner im Tor? Doch, einer. Ehrenmann. Kriegt auf jeden Fall Support. Aber die hätten beide reingemacht. Doch, 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 schaffen wir. Oder eines drin. Ja, ja, easy. Oh, let's go. Komm, jetzt bitte Mount Fall, Alter. Ich hab den so lange nicht mehr gespielt und der ist so geil. Hast du's? Äh, der Berg mit der Krone. Oh, Digga. Schon wieder dieses Spiel. Okay, let's go. Ja, ist cool, ist cool. Komm, Patrick, das kriegen wir hin. Glaubst du? Ja, ja. Hey, hör auf, hör auf. War nur Spaß, Mann. Hä, hä, hä. Ey, oh, heuter, Digga. Junge, mit dir spiel ich nicht mehr. Weg mit dir. Einfach der Asoziale. Ich hoffe, er spielt das erste raus. Nehmen wir mal. Safe, safe, Alter. Schau ihn dir an, schau ihn dir an. Einfach schlecht. Also du musst ihn festhalten, kurz bevor er springen will. Ja, aber das ist so schwer, Alter. Der kriegt sich eher selber raus, bevor du den raus machst. Ja. Der muss halt im richtigen Moment loslassen. Nein, das fällt runter. Der kannst du's nicht bei mir machen, Alter. Mach's doch bei anderen. Digga doch auf. Schau hier, bei denen da. Der eine fällt. Ne, doch nicht. Oh mein Gott. Das ist eine sehr missliche Lage. Die Plattform wird so runterfallen. Du musst nur noch, was dem sagt richtig. Ich hab nur die Plattform fällt runter. Nein, nein. Die kann nicht runterfallen. Die letzten bleiben bleiben immer. Boah, dann wär ich echt gerne drüben. Ja, gell? Tja, aber das Leben ist kein Wunschkonzept, Patrick. Oh mein Gott. Voll auf die Schnurz. Nicht? Ne, leider nicht. Nein, weil ich festgehalten hab. Richtig? Aha. Du bist raus. Haha, du Opfer. Stopp. Danach war der Beat. Oh. Wie hättest du das überlebt? Oh mein Gott. Das geht gar nicht. Du bist überlebt. Oh, wie schnell. Oh mein Gott. Das kann ja gar nicht sein. Okay, jetzt geht's zu schnell. Jetzt ist so. Der Fall doch hin. Oh mein Gott. Ich wurde noch nie so hochgeboostet wie jetzt gerade. Oh mein Gott. 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 Du musst gleich zu werden. Wie kommt's nicht das? Die Dinger aber jetzt sieht so komisch aus. Den haut's die ganze Zeit weg. Ja, Mann. Bei mir auch. Ja, let's go. Let's go, Digga. Digga, bei diesem Spiel gewinn ich bis jetzt immer, Alter. Außer letztens. Ah, ich hab's proben.